Das ist mein Name. Aber erinnere mich, okay? Sollte Marcia, hast du heute Küchendienst? Was? Hast du heute Küchendienst? Was? Ob du heute Küchendienst hast? Was? Meine Güte, bist du taub? Mach den Fernseher live. Küchendienst? Ja, und Mama, ich muss noch ein ganzes Becken. Bitte? Bitte? Ich muss noch ein bisschen, ich muss noch ein bisschen.